Ich lerne Deutsch. Nummer 6802 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ballett ist sehr anstrengend. Ballett ist sehr anstrengend. Wir beide könnten zusammen etwas unternehmen. Was sollen wir tun? Wir beide könnten zusammen etwas unternehmen. Was sollen wir tun? Wir paddeln in entgegengesetzte Richtungen. Wir paddeln in entgegengesetzte Richtungen. Wir paddeln in entgegengesetzte Richtungen. Stör mich jetzt nicht. Ich muss konzentriert arbeiten. Stör mich jetzt nicht. Ich muss konzentriert arbeiten. Die Städtereise nach Paris war ein kulturelles Erlebnis. Die Städtereise nach Paris war ein kulturelles Erlebnis. Alle haben den Strand verlassen. Nur der Volleyball und das Netz sind noch da. Alle haben den Strand verlassen. Nur der Volleyball und das Netz sind noch da. Alle haben den Strand verlassen. Was machen Smartphone und Sonnenbrille auf der Wäscheleine? Müssen Sie trocknen? Was machen Smartphone und Sonnenbrille auf der Wäscheleine? Müssen Sie trocknen? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Was machen Sie auch einfach? Ich vermute mich nicht. Willkommen Sie die Zähne. Nein, das ist nie ein Lies. Werben Sie auch nicht. Noch, aber immer noch nicht. Ich bin ein Lies. Ich bin ein Lies. Nein, das ist nicht. Ich bin ein Lies.